Würdest du den Tschernobock noch kurz draußen lassen, wenn er ihn hat? Ja, stehen wir schon, ne? Klar, oder? Er steht an der Brücke, also an der kaputten Brücke. Ja, ja. Weil dann muss er ihn ja nicht nochmal holen. Ja, jetzt hab ich zwei von Hand und einen von dir. Nice.